gibt es wirklich 108 euro pro kind mehr rente sollten sie jetzt unbedingt sofort reagieren mein name ist peter knödel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich lese gerade hier in einem beitrag ich mache das mal ein bisschen größer der k a insider so karlsruher insider de folgenden beitrag pro kind 108 euro rente mehr bürger sollten jetzt reagieren 25 juli 2023 die bürger sollten jetzt reagieren denn pro kind gibt es voraussichtlich 108 euro mehr rente niemand kann es sich in diesen zeiten leisten auf einen zuschuss zu verzichten dann geht es los viele menschen haben im alter angst vor altersarmut das völlig klar sie können nicht genug fahren und zusätzlich geld zurückzulegen dabei gibt es gerade für mütter und väter eintritt wie sie ihre rente automatisch erhöhen können das hat was mit den kindern zu tun also mit den kinder erziehungszeit also erstmal schon die aufmachung dieses beitrags ist schon sensationell also im grunde genommen etwas was uns allen offensichtlich gar nicht bekannt ist dass die zuordnung der kinder erziehungszeiten entweder zum motor meistens bei der mutter ist oder gegebenenfalls wenn da nichts geklärt ist dann beim vater sein kann und dann schreibt dann die k insider auch noch da gibt es einen brief ab dem 27 geburtsdatum und dann sollte man das alles klären es geht um den individuellen rentenanspruch meine damen und herren ich bin da schon ein bisschen erstaunt mit was für aufmachung insider hier diese ganze sache macht und dann kommt noch allein durch das korrekte ausfüllen des antrags kann die rente automatisch um drei entgelt punkte erhöht werden das entspricht 108 euro mehr rente im monat 108 euro mehr rente so geht's ja und dann kommt man mit der rentenanpassung und dann hat man hier im osten und im westen dann entsprechend hier die renten werte bekannt gegeben die aber wenn ich das richtig verstehe ja gar nicht so stimmen denn hier rekrutiert man ja letzten endes auf die rentenanpassung aus dem jahr 20 22 mit dem rentenwert für ein entgelt punkt west von 36 0 2 und endgelt punkt ost 35 52 ja meine damen und herren also wenn sie hier schon was schreiben dann machen sie es bitte mit den aktuellen renten werden und diesen in osten und westen nämlich gleich mit 37 euro 60 und dann hier die behauptung aufzustellen dass man hier de facto automatisch 108 euro pro kind bekommt ist völliger nonsens warum ist das so warum kann das nicht richtig sein erstens dieser beitrag unterscheidet nicht zwischen den kindererziehungszeiten der zuordnung der kindererziehungszeiten für kinder die vor 1992 geboren worden sind denn die erhalten nämlich keine drei entgelt punkte wenn sie sie überhaupt erhalten oder kindererziehungszeiten die nach 19 also für kinder die nach 1992 geboren worden sind die erhalten dann in der tat 36 kalender monate habe nämlich pro jahr ein entgelt punkt das ist auch rentenrechtlich naja also nehmen wir mal ein entgelt punkt sind drei entgelt punkte 3 x 37 60 komme ich eigentlich auf einen ganz anderen betrag ja also ich rechne mal mit dem taschenrechner hier drei mal 37,60 da bin ich bei 112 euro 80 mit dem rentenwert der jetzt gilt 37 60 also stimmt schon mal diese ganze berechnung hier gar nicht wenn ich nämlich nur 30 kalender monate habe also zwei jahre und sechs monate das sind dann also 2,5 entgelt punkte mal 37,60 dann komme ich nämlich nur 94 entgelt punkt das heißt also für diejenigen mütter und väter denen kindererziehungszeiten zugeordnet worden sind die deren kinder vor 1992 geboren worden sind die bekommen eben nicht die 108 euro oder wie es ausgerechnet habe 112 euro sondern nämlich nur 94 euro wenn überhaupt denn da stimmt auch also da stimmt nach außen ganz anderen punkt etwas nicht jetzt wird hier jetzt wird hier behauptet da bekommt jeder die 108 euro erstens die zuordnung der kindererziehungszeiten kann nur einmal passieren entweder zur mutter oder zum vater oder kumuliert beide zusammen geht nicht oder aber man trennt die kindererziehungszeiten für bestimmte zeiträume auf das geht dann auch aber das vater und mutter jeweils drei oder zweieinhalb entgelt punkte bekommen das ist rechtlich überhaupt nicht möglich das gibt es gar nicht und dann gibt es noch ein ganz anderes problem offensichtlich hat das ka insider noch gar nicht so richtig erkannt es gibt die sogenannte additive anrechnung ja was mache ich denn mit den eltern oder den müttern die praktisch dann ein jahr nach der kindererziehung wieder arbeiten gehen die erhalten ja für die arbeit auch entgelt punkte und wenn diese entgelt punkte aus der tätigkeit und die entgelt punkte aus der kindererziehungszeit einen bestimmten höchstwert überschreiten werden die kindererziehungszeiten die entgelt punkte aus den kindererziehungszeiten um einen bestimmten wert x der über dem höchstbetrag der entgelt punkte grenze für das betreffende jahr liegt einfach gekürzt ja und dann bekomme ich auch nicht mehr ein entgelt punkt pro jahr für ein für die erziehung eines kindes vor 1992 geboren zweieinhalb entgelt punkte oder nach 1992 drei entgelt punkte also meine damen und herren dieser beitrag der hat zwar gut gemeint aber aus meiner sicht fachlich völlig unhaltbar differenziert überhaupt nicht danach wann die kinder geboren worden sind vor oder nach 92 und er enthält auch keine reglung über die additive anrechnung das einzigste was man dem beitrag hier tatsächlich zugute halten kann ist dass er darauf aufmerksam macht dass man hier die frage der kind der zuordnung der kindererziehungszeiten und auch der kinder berücksichtigungsteiten hier mit einem entsprechenden konnten klärungsverfahren prüfen lassen sollte das regen wir natürlich auch an wenn es denn entsprechend klar ist dass zum beispiel für eine mutter die kinder geboren hat und erzogen hat die kindererziehungszeit noch gar nicht zugeordnet worden sind die zuordnungsregelung im paragraf 56 sgb 6 sind extrem kompliziert gar nicht so einfach muss ihnen ganz ehrlich sagen oftmals voller tücken und ballen diese regelung und deshalb sollte man sich dort wenn man da diese dinge macht oder aber auch wenn die älteren kindererziehungszeiten praktisch zuordnen lassen wollen für einen teil auf die mutter auf teil auf den vater oder wir oder andersherum da sollte man sich dann rechtlichen beistand rechtlichen rat holen am besten von einem versierten rentenberater oder rentenberaterin näher zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine in dieser allgemeinheit wie es dieser beitrag hier geäußert hat sachlich nicht richtig ciao